Family First – ein Motto, das bei Topmodel Heidi Klum ganz groß geschrieben wird. Wann immer es geht, verbringt die vierfache Mama so viel Zeit wie möglich mit ihren Liebsten. In Zeiten von Corona scheint die 46-Jährige die Quality Time in vollen Zügen zu genießen. Das zeigen auch diese Schnappschüsse eines gemeinsamen Familienausflugs mit ihren Kids. Mit Sack und Pack macht sich das Sechsergespann auf in die Natur, inklusive ihrer Hunde. Dabei fällt auf, dass Sohnemann Johann ziemlich in die Höhe geschossen ist. Aus der Fotoperspektive sieht es glatt so aus, als überragt der 13-Jährige mittlerweile sogar schon Stiefpapa Tom ein wenig. Aus Heidis Kids sind mittlerweile schon richtige Teenies geworden. Vorbei sind die niedlichen Kinderzeiten. Zumindest für Leni, Henry und Johann. Die 10-Jährige Lou hingegen genießt noch das typische Kindsein und schiebt einen Kinderwagen. Äh, Moment mal, einen echten Kinderwagen? Haben wir was verpasst, Heidi? Da könnte man doch glatt vermuten, dass Nachwuchs im Hause Klumkaulitz hinzugekommen ist. Doch das wäre sicher nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Statt eines Babys scheint in dem Kinderwagen ein kleines Hündchen zu sitzen. Ob es sich hier um einen neuen tierischen Familienzuwachs oder nur um ein Stofftier handelt, ist auf dem Bild nicht eindeutig zu erkennen. Eines ist aber sicher, im Hause Klumkaulitz wird's einfach nie langweilig.